Herzlich Willkommen zu der Rene Apex Legends Kepulze, schmeiß uns mal raus, sie fliege! Ich leg auch meine Decoy hin, damit die denken, holy shit, die fliegt auf jeden Fall hin. 1,7 fliegt hin, die haben die, ah, unter uns, shit. Wollen wir direkt rein in die Base, oder wie? Okay, wir gehen in die, da sind auch die Landen, und dann gucken wir, dass wir was gegen die Landen kriegen. Die direkt von uns, wir müssen, ja, wir müssen da, 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 mach das auf, 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 mach das auf. Ich geh raus. Ich hab einen, bei mir ist aber noch einer. Der wurde schon aufgehoben. Links. Ja. Hat gut kassiert, close am Wind. Einen hab ich. Doch der, ähm, der Ninja von den Kapuza auch hat. Ja. Hat mich, ist low. Also hat 34 clean bekommen, hat kein Schild. Ja. Okay, nice. Hallo. Ihr Bamboozles. Bamboozles. Das war das Team. Das heißt, wir sind jetzt alleine. Wir sind alleine. Okay, jetzt können wir chillen. Nice. Schöner Kampf. Jetzt, jetzt können wir chillen, ja. Jetzt gibt's mal einen Pina Colada. Ja, weil hier, hier gibt's ne Alkohol. Ein Helm. Der Loot, der Loot hier. Blauer Helm. Aber sag ich euch jetzt noch nicht an, da wird noch mehr kommen. Schön, schön. Hier sind zwei Scharfschützengewehr und ich hab auch schon einen. Aber wieder nur die Scout? Äh, ne, zwei verschiedene. Einmal die Triple Take. Einmal Scout. Ja, noch ne Schott drin. Warte, ich komme. Ey, macht so Spaß dieses. Zack, 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 zack. Wo denn? Äh, die in der Kiste drin. Da, genau. Ah, ich sehe schon. Dann nehmen wir doch die Triple Take. Ihr Bamboozles hier. Ein Bamboozle, ne? Ja. Oh ja, ich bräuchte man schlicht. Okay, die hatten ja auch nix. Will ich mich schon? Ja, heilen will ich mich ja eh. Oh Gott, spritzen, bin nicht so gut da. Ja, natürlich finde ich jetzt ein blaues Medikit. Aber ich brauch nicht. Muss doch nicht nehmen, ich hab doch, mein Kuh. Ja, dann nutze ich's natürlich nicht. Mit Farms Prowler heißt die Waffe. Das ist, ähm, die macht gut Schaden, hat sehr wenig Schuss. Also in einem Magazin. Ich hab ein Update bekommen. Aber ich hab halt nur, also als Zweifel für diesen blöden Pistole, die ich nicht will. Blaue Rüstung hier noch? Perfekt. Jetzt brauch ich nur sämtliche Muni für meine Waffen. Setzt hier auch mal eben mein Heerling für dich hin? Habt ihr Blitzmunition? Äh, ja. Ja, warte ich nix hier ab. Ja, ich warte. Ich hab aber sonst echt nichts. Ich hab aber sonst echt nichts. Perfekt Blitz und Schotty nehm ich aber. Ja. Ich hab sowohl beides. Okay. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich hab halt echt leider keine... Also wenn wir ne... 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 Waffe sind oder sowas. Ich hab ne Pistole und Schotty. Ich hab auch ne Pistole und die MP. Ich hab Sniper und Schotty. Oh, okay. Also alle relativ wenig. Aber die Schotty will ich sogar behalten. Also das ist grad der Plan, ja. Also ich bin eigentlich... Ich mag in keinem Spiel die Schotty. Für den Friedensstifter hier gibt es relativ gute Aufsätze und ich riskiere jetzt einfach mal, dass die noch kommen. Also die Chance ist ja da. So. Dann wär's nicht schlecht. Blaue Rüstung haben wir aber alle. Wir sitzen relativ weiter Weg bis zur Zone. Aber lass ich... Ich hab noch Energie-Munition. Wie bitte? Ich hab noch Energie-Munition. Oh, das wäre gut. Nice. Ich bin noch an dem... Ein Haus hier am checken. Haus-Magazin mit mir. Ja, wir sollten langsam. Check die letzten Häuser und dann rennen wir jetzt schon mal in die richtige Richtung. Schönen wohl testen? Ähm, hab ich. Wow! Die... Welche hast du? Die Prawler eben. Ja, ja. Du hast auch nicht so viel Munition. Du solltest dir... Das sollte deine Zweitwaffe sein. Ja, ich hab halt keine Erstwaffe. Aber die... Die... Da oben. Also... Du fängst... Ich nehm die Zip-Line, die bei mir ist. Ja, ja. Absolut. Ich geh gerade. Oh, das ist so schön. Es ist so schnell. Weißt du, guck dir an, wie weit ich damit komm. So... Boah, bin ja gleich. Auf deiner Seite der Map, Jungs. Kann ich hier abkürzen? Weil ich glaub, es soll jetzt laufen wird Quatsch. Bin ich weit... Alter, hier sind noch alle Kisten. Ja, ich komm zu dir. Ja, da waren wir ja her. Ja, da waren wir ja... Da... Dort kenn ich. Dort kenn ich. Da look at's. Da kann man von oben gut auf andere Leute runterschießen, hier. Das ist korrekt, Bubula. Äh... Doch, irgends... Richtig, ich werde jetzt sterben. Wieso? Weil ich ewig weit, bevor ich weg bin. Ach, alles... Mal gehört den Ausdruck... Würde mich wundern, wenn hier keiner wär. Alles Gutschi? Ja. Hier ist aber keiner. Doch, die anderen sind sehr früh im Vergleich zu uns rausgesprungen. Ja, aber nein... Jawoll, da ist der Aufsatz für die Peacekeeper. Was hieß du? Ach, ja, die SIP. Da ist die SIP. Weniger Streuung auf der Shotgun. Wenn ich jetzt Close Combat komm, dann mach die... Peng, ja? Puh. Wie sieht's bei der Cooley aus? Ja. Mach der hier ne Hackmack. Ist halt schon fast in der Zone. Oh, da ist ja ne... Man kann beim Sippen nichts ablegen. Das wäre witzig. So. Brawler jetzt gegen eine Sniper. Gegen die Scout oder ne wichtige? Gegen die Longbow. Okay, auch nice, ja. Gut. Ja. Das ist die Zone, die so leer macht. Ja, ja, wir sind... Wie komm ich zu euch? Wie habt's denn ihr? Seid ihr einfach gelaufen? Ab dann bin ich einfach gelaufen, ja. So. Ja, mit... Wenn du Waffe wegsteckst, läufst du eher relativ schnell. Ja, viel schneller. Also ohne Waffe. Ja, ja. Er braucht aber ein bisschen Anlauf so. Also du bist nicht gleich auf den Speed. Hast du Energie-Munition liegen? Ich bin voll mit Energie-Munition. Ich habe 120 Schuss. Das sind zwei Stacks leider schon. Von der grünen Muni noch jemand was über? Ja, ich habe ein bisschen leider schon was gedroppt. Wie viel hast du? 100 Schuss. Ah gut, ich auch. Hier ist grüne Muni bei mir. Drei Stacks. A20 Schuss. Ist auch noch in der Zone. Oder ich glaube knapp außerhalb. Aber so, dass es erreichbar ist. Moment, das war aber close, oder? Ja, hier ist... Wir sind gleich in Action, Jackson. Wir haben halt auch Low Ground, ne? Habt ihr sie? Ich habe es mitgenommen. Es ist eine richtig gute Zipline, die uns auf den Berg bringen würde. Cool ist, ich habe gerade... Wenn man runterläuft, kann man echt... Kann man nur nice rutschen lassen. Ja. Das ist nur eine Minute. So. Hier, wenn ihr hier... Jo, wer zippelt denn hier? War die schon da? Die war schon da, ja. Und wenn wir es schaffen... Ich weiß nicht, ob das geht. Das möchte ich versuchen. Ne, das wird nicht gehen. Wir sind hier gerade ready. Gehen wir einfach da wieder hin. Zu dem Turm. Hier hoch. Ja, genau. Lass den Turm hoch, ja. Kein Scope für meine Sniper. Das ist ein bisschen ärgerlich. Was hast du gesagt können? Entschuldigung. Ich habe auch keinen Scope. Okay. Hey, wenn es so richtig hart geballert ist, werden es so Hintergrundgeräusche wären, die so gar nichts mit dem Spiel zu tun haben. Ja. Weil links und rechts einfach Schüsse, so wie in dem COD-Story-Modus. Also hier rechts wurde von uns geschossen, so in die Richtung. Und der Schuss flog in die Richtung. Okay. Ich schicke mir ein Bamboozle einfach dahin. Darum ist die Dings offen in die Kiste. Da ist aber... Ja, da ist einer. Ja. 75 Damage. Oh, der ist clean. Da. Ich sehe ihn. Da oben. Oben. Da hinten. Da hinten. Links von dir, Dado. Close. Oben. Genau. Hinter dieser Kuppel. Ober den Stein muss er sein. Bisschen dahinter. Schießen auf dein Ding. Das ist drin. Na down. Ja. Schieß auf mich. Schieß auf mich. Ich bin im Gas. Bin gut gegeben. Noch einer down. Zwei down. Einer fehlt noch. Der war da drüben. Da drüben. Echt? Ja. Hab ihn fast. Er hat nicht mehr viel Leben. Kommt. Hab ihn. Ja. Das waren sie. Oh, die Schoddi. Uh. Kannst du uns alle heilen können oder würdest du nur dich heilen? Nee, das Ding heilt alle. Stink schon. Steht auch noch hier. Keiner Egoist. Naja. Wer noch Muni für euch drin. Wo ist es? Da steht. Ja, ich war fast. Ich war fast tot. Äh, am Leben. Fast am Leben. Lang. Die haben mal bambuselt oder? Die haben ja richtig bambuselt schnuselt. Ein Zweierskop. Ne, geht doch. Noch was? So. Ja. Ja, bei dem, dem auch genug noch gehabt. Da in der einen hat was legendäres. Was hat er denn? Achso. Äh, irgendein einfach digital bedrohend. Hier ist noch. Oh. Nimm, 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 nimm. Geh. Uh, 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 uh. Ja, genau. Ey, oh. Bist wir wollen's nennen? Äh, hier ist noch, ähm. Phönix Kid und, äh, da sind auf jeden Fall. Äh, epische Rüstungen haben wir auf jeden Fall alle jetzt schon. Ah, okay. Phönix Kid, komm, nimm das mit, nimm's mit. Ein Magnus Jack. Dieses, das selbst aufheben. In dem, bei Kapuze, die da ne Kiste. Ähm, dasselbe aufheben ist übrigens legendäre Rüstung. Und das ist auch ein Effekt, wie Henker und so. Ah, das ist ne Rüstung? Ja. Ah, ist es nicht das Phönix Kid? Ne, das Phönix Kid ist einfach nur ein Jug. Ah. Okay. Richtig bamboozled haben wir. Ja, ey, bamboozled. So, ich würde eigentlich gerne mein, mein... Oh, er droppt. Ja, äh, 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 ne, ne, ja, das dahinter... Dann lass Kundern sein, Colin. Dieser, dieser, dieser... Call dein Airdrop? Terror von uns. Ich bamboozle. Go on bamboozlen. Okay, bamboozle mal. Hinter uns kommen noch welche Richtung Westen. Die haben grad noch geschossen. Die haben grad noch geschossen. Kunde hat nicht so'n Lärm, ja? Ich mach mal ausgereist. Kannst du nicht mal sagen, die können... Schade, war nicht gut. Aber... Hab ich schon. Also meine Schotty... Jaja, jetzt schon richtig. Meine Schotty ist hier direkt vor uns, ja. Wird sein. Äh, ich geh hier lang. Bleibt... Schaut, dass ihr den High Ground beibehaltet. Ich würd nicht zu Ihnen gehen. Da, die haben einen Airdrop gecallt oder so. Ja. Das Leben noch acht Squats. Das sind mehr als genug. Da hinten schießen sie. Da hinten schießen sie. Ja. Nicht schießen, würd ich sagen. Ja. Das ist echt weit weg. Ich glaube, es ist noch nicht mehr. Es wird auch noch wer hinter uns kommen. Jaja. Westen oder... Ja. Wir sollten uns weggehen. Wir sollten uns nicht zu weit runter begeben, dass wir dann locker haben. Ja. Aber hier ist doch eigentlich ganz gut, würd ich sagen. Ja. Da, wo wir waren. Gut Schaden an dem einen gemacht. Einer ist clean. Ich bamboozle. Hab einen genockt. Ne, nicht. Aber der hat richtig Schaden bekommen. Einen hab ich. Ich glaub, die sind alle down. Dann wären sie tot. Ja. Ich glaub, die sind tot. Der hat direkt hier gedroppt. Schöne Jungs. Okay. Gut bamboozle. Äh, hast du noch die Paula? Äh, ne. Okay, weil hier wär der Aufsatz für die Waffe. Ihr könnt auch unten nochmal gucken, ob da noch was für euch bei ist, ne? Bei dem einen, der da tot war. Ach, macht das Spiel Spaß. Ja, holy shit. Ich bin so begeistert. Es macht echt, weil es so direkt und tack, tack, tack. Es ist halt eigentlich kein Free-to-Play-Spiel. Es ist halt Titanfall. Absolut. Es ist kein Free-to-Play-Shooter. So gut gemacht. Es erinnert mich auch ganz stark an Borderlands. Wegen den Waffen alle und den Farben und so. Also ich find, es fühlt sich sehr wie, wie Call of Duty an. Das sagst du nein. Aber ich find, es fühlt sich, also es ist für mich nicht mehr Call of Duty an. Nein, nein, nein. Es ist mehr Movement. Also das ist Movement-mäßig an COD in der DIA. Aber ich find, Call of Duty ist noch ne Stufe drüber. Nicht das Battle Royale, sondern das Grundspiel. COD ist einer der besten programmierten Spiele, find ich. Absolut. Aber ich find das auch echt gut. Wir sind noch nicht in der Zone hier. Ja, aber wir sind die Lage. Ich wollt grad sagen, ich will nicht so frontal drauf. Lass von links, lass er von links weg. Ich schick mal ein Bamboozle so in die Richtung, wo der Airdrop macht. Schick mal den Bamboozle mal ab. Rechts werden wir sicherer, wenn wir rechts reingehen aber. Rechts rein. Wir können auch rechts, aber links ist... Links können noch zu viele noch von hinten kommen. Was haltet ihr von dieser Zipline hier und dann auf den Berg, der in der Zone ist, ganz oben der? Ja, dann machen wir das. Direkt vor uns der Berg, der in der Zone ist. Da der Berg, der Mountain. Komm, Kun ran. Rauf auf die See. Äh, NE? Äh, ja. Komm mal da rauf? Ja. Rückst du weh? Ja, einfach weh und ein bisschen nach oben geguckt. Das darf man nicht. Du darfst hier nicht sein. Aha. Ich hab aber 30 Sekunden Zeit, um wieder runter zu gehen. Ja. Wo darf ich denn sein? Hier ist okay. Hier darf man sein, wo ich bin. Ja, okay. Ich bin eine Etage tiefer. Obwohl, ich rutsch immer noch runter. Wo ist er runter? Ja, ich darf immer noch nirgendswo hier sein. Ich bin jetzt unten. Ich, aber hier durfte ich sein. Nee, ruhig rutsch runter. Kun, dann bist du noch oben? Ja, ich bin noch oben. Ich bin noch oben. Ich bin noch oben. Warte, Halu, soll ich ein Portal legen dann raus? Ach ja, stimmt. Du kannst mich hochziehen, ja? Warte, warte, warte. Ja, dann komm lieber weg. Wenn ihr keine Deckung habt, was machen wir, wenn wir erschossen werden? Dann lieber hier erstmal noch hinten abdecken. Hier werden noch welche kommen, oder? Hey. Ich werde kurz ausschauen, ob ich noch was sehe von hier oben und komm dann runter. Gegner, ja. Halu, komm, komm, komm. Ich bin down, du kannst mich aber aufheben. Direkt aufheben, direkt aufheben. Nimm das Portal hinter dir, gell? Okay, dann nehme ich das Portal und heil mich. Er hat richtig kassiert, ich aber auch. Jetzt hier an dem Portal mein Heal-Ding. Hey, das war voll cool. Voll taktisch. Das Portal, oder was? Und das Portal? Kun hat mich hochgeheilt und ich hab ein Schild genommen. Zack, zack, bin wieder komplett da. Ich ziel da rüber. Ja, hab keine Downtime gehabt. Ja. Der hat schon gut kassiert. Oh, lol. Ich hab ihn bamboozled. Mal gucken, ob er reagiert. Ich weiß nur nicht, wo er war. Und was hat er dich eigentlich gemacht? Ja, wir hatten ein Sniper-Duell. Sniper links, 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 links. Rechts höre ich auch selbst, oder? Ich geh hier nicht hin zu ihm. Ey, da. Ich komm zurück, ich komm zurück. Einen hab ich. Einen hab ich. Der andere ist auch low. Der andere ist low hinten in der Bushaltestelle drin. Granate bei euch. Ja. Einer down. Die sind tot. Meiner ist gestorben. Ja, ja, deiner ist gestorben. Ich hab den anderen gekillt. Ich würde sagen, bamboozled wurden die, eh? Die wurden bamboozled. Was hat denn der ihr Lidernis? Äh. Der hat den Helm. Scharfschützenchobe. Scharfschützenchobe. Ja. Und die Schild. Die haben ja bamboozled. Richtig bamboozled haben wir den. Äh, wir sollten dann aber hier weg, weil wir haben hier low. Ja, wir sind noch nicht mehr in der Zone. Ja. 30 Sekunden bis zur nächsten. Die ist ganz am anderen Ende. Auf geht's. Äh, die Zip-Line und dann wieder. Äh, die Zip-Line? Hier ist der Zip, ja. Ja, die Zip und dann wieder hoch und da wo wir her kamen, ne? Und dann schnell rum. Achso, komm. Hallo. Jo. Geil. Okay, ich dachte, okay. Ja, ich wollte lieber oben rum, weil da laufen wir ja durchs Tal. Hier laufen wir ja vom Berg runter. Ja, ist okay, ist okay, ist okay. Aber was wäre passiert? Ich wäre nichts passiert, bin ich mir ziemlich sicher. Wow, was ist das? Eine geile Runde. Also, was ist das? Bis jetzt halt, ne? Der Anfang war ja schon geil. So mit dem... Okay. Der Ring schließt sich, meine Damen und Herren. Bamboozled. Beschlagen, äh, kommt man hier Berge runter. Ja, du kannst auch Macho unter sliden. Genau, ich sag's nur. Also, das, äh, deswegen sag ich. So. So. Okay, okay. Recht rum, oder was? Durch den Canyon? Da war das nicht nur ein Todes Canyon letztens. Wir haben das erste Team im Canyon, haben wir gekillt. Ja, das... Achtung, Kollege. Die Zone zieht schon. Macht die auch dann immer mehr Schaden? Ja, die hat schon letztens, ähm, wenn du wirklich draußen stehst, gut Damage gemacht. Okay, wo... Hier ist ein Portal vor mir. Und das ist ja nicht von Kapuze. Nee, 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 nee. Eine Decoy durchs Portal schicken. Alter, wäre das geil. Komm. Och, schade. Das komme ich auch von Bär, ne? Aber warte mal, vielleicht kommen die... Da sind sie. Alle drei. Dicken Hit. Einer hat Rüstung verloren. Okay. Alle drei ganz hinten. An den Steinen können wir ran. Der hat doch den Canyon durch. Okay, aufpassen. Warte mal. Ach, Achtung. Das Portal ist hinter euch. Einer down von denen. Pushen. Der ist immer noch das Portal Boys. Kann man Schild kaputt schießen? Ja, ja, kann man. Also das Schild. Ich gehe aufs Haus bei denen. 30er Hit. Hinter den Bomben, hinter den Bomben. Ich bin gleich aufm Haus. Ne, dir die weg mal. Sind alle drei da? Ich habe einen down, einen down, einen down, einen down. Ich habe auch einen down. Ja, alle kommen, Boy. Der wird genau gekampft. Boom. Nice. So für eine Runde. Holy shit. Richtig nice. Schön. So gut. Schön, schön, schön. Liebe. So nice. You are the Apex Champions. Apex Champions. Was? Hier? Ach, das ist aber nett. Ja. Jawoll, ich habe was gehört. Hi. Wow. Das war so gut. Richtig, richtig schöne Runde. Wahnsinn. 13 Squad-Kills. Ich hoffe, ihr fandet das auch. Deswegen müsst ihr gerne einen Like da lassen. Schaut bei Kampuz und Körn vorbei. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Peace. Peace. Peace.